Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sind auf dem aktuellen Team of the Week. Gerade eben erschienen, 16 Uhr. Ab heute Abend 19 Uhr in den Packs zu ziehen. Ja, und ich muss sagen, es war eigentlich klar, aber das ist jetzt natürlich ein schlechteres Team als das letzte. Aber das letzte war halt auch schon ziemlich Hammer. Allerdings sind auch in diesem Team of the Week einige interessante Spieler dabei. Und wir fangen direkt mal hier vorne an mit dem Herrn Dox Santos. Stürmer Giovanni Dox Santos aus der spanischen Liga spielt bei Villarreal, oder? Ja, Villarreal, genau. Er hat 86 Pace, 78er Schuss, 80 passen, 89 Dribbling. Die Werte, die sehen eigentlich wirklich gut aus. Er ist ja eigentlich ein Winger gewesen, seine Goldkarte. Jetzt ist er ein Stürmer. Er ist 1,75 groß, also jetzt nicht hammergroß, aber er ist auch nicht der allerkleinste. Seine Werte, wie gesagt, sind wirklich gut. Der Pace reicht dicke aus. 78er Schuss ist für einen 80er Stürmer auch eigentlich in Ordnung. Dazu kann er aber auch noch passen und vor allem dribbeln. Ich glaube, er müsste immer noch 4 Sterne Skill Moves und 4 Sterne Weak Foot haben. Weak Foot bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber Skill Moves eigentlich ziemlich sicher. Das wäre der Erste. Könnte gut tradbar sein. Also ich denke mal, der wird erstmal ziemlich in den Keller gehen, glaube ich einfach. Mal sehen. Dann haben wir als linken Winger. Der wird wahrscheinlich relativ beliebt sein, weil in der Serie A gibt es auf dem linken Wing nicht allzu viel. El Sharabi, das war es dann eigentlich fast an offensiven Leuten. Und ja, Cuadrado oder Cuadrado, wie man ihn auch immer aussprechen mag, hat halt wirklich seine Qualitäten. Er hat 4 Sterne Skill Moves, 89 Dribbling, 94 Pace. Sein Schuss sieht jetzt zwar gar nicht so Hammer aus, aber wo ich ihn gespielt habe, die Goldkarte, da hatte der eigentlich einen ganz guten Schuss, also konnte man nichts gegen sagen. Und dazu noch ein 79er Passwert, was sehr gut ist. 1,76 groß, passt für den Winger. 82er Rating, also der könnte interessant werden. Wie gesagt, in der Serie A, da gibt es im Prinzip wirklich nur El Sharabi als Winger. Im Mittelfeld gibt es natürlich Asamoa, Zuniga etc. Aber für den richtigen Winger ist eigentlich nur Sharabi geeignet und der auch nicht so richtig, weil er Hoch-Hoch-Arbeitsraten hat. Joa, Cuadrado, wie gesagt, der sieht wirklich nicht schlecht aus. Müsste man mal spielen. Ich denke mal, wir werden ihn auf jeden Fall spielen, weil auf der rechten Seite in der Serie A, da gibt es einiges. Da kannst du Cantrevas spielen, da kannst du Cherchi spielen. Die gehen alle ganz gut ab. Aber jetzt hier für die linke Seite, das ist natürlich ganz hübsch. Ich glaube, er hat zwei Tore in der Vorlage gemacht, irgend sowas in die Richtung. Und jetzt kommen wir natürlich zum Star dieses Teams. Also definitiv Luis Suarez von Liverpool aus der Premier League. Seine Stats sehen natürlich auch ordentlich aus mit 82 Pace, reicht dicker aus. Er ist auch nicht der kleinste, er ist 1,81 groß, kann sich auch mal ganz gut durchsetzen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er an Stärkewert hat, aber ich glaube, der ist bei ihm gar nicht so schlecht, weil er auch eine, ich glaube, er hat eine richtig hohe Aggression, also richtig hohe Aggressionswerte. Dazu natürlich ein 87er Schuss, was natürlich Hammer ist. 4 Sterne Skill Moves hat er immer noch und 4 Sterne Weak Foot hat er, glaube ich, auch immer noch. Ich weiß nicht, ich habe ihn in FIFA 14 noch nicht gespielt, wird aber auf jeden Fall noch kommen. Da können wir ja im Prinzip gleich eine Inform holen. 76 Pass, auch noch sehr gut. Dazu kommt dann noch ein 92er Dribbling und 76 Heading. Also die Karte hier sieht wirklich richtig stark aus. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die Stats auf der Goldkarte aussehen, aber hier diese Informkarte sieht wirklich richtig stark aus. Bin ich immer gespannt, was er kosten wird. Von diesem Team of the Week wird er sowieso der teuerste werden. Also mal gucken, ob hier irgendein besonderer Silberspieler dabei ist, der richtig teuer werden könnte. Also jetzt teurer als er, aber ich denke mal nicht. Nein, ist keiner dabei. Da wird keiner teurer sein als Suarez. So, da machen wir hier im Mittelfeld weiter. Linkes Mittelfeld, da haben wir Marco Parolo. Ein Silberspieler aus der Serie A oder eher Serie A von Parma, genau. Linker Mittelfeldspieler, 72 Pace. Joa, ist jetzt nicht die Welt, aber er ist 1,86 groß, das passt schon. Dazu 73er Schuss, sehr gut für einen Mittelfeldspieler. Rechts Fuß auf links, auch sehr gut. 81 passen, natürlich sehr genial. Dazu kann er auch noch Dribbeln, Defenden und Heading. Also der kann eigentlich alles. Also der ist ein richtig geiler Mittelfeldspieler. Wenn jetzt die Workrates noch passen, zum Beispiel sowas wie Medium, Medium oder High, Medium würde auch noch klar gehen. Ist vielleicht ein bisschen gefährlicher, wenn er dann in der Offensive rumtanzt und dann mit 72 Pace nach hinten rennen soll. Aber ich denke, das geht definitiv klar. Joa, das wäre der Marco Parolo gewesen. Dann machen wir weiter im Mittelfeld. Da haben wir hier wieder ein Silberspieler. Alejandro Lopez Sanchez aus der spanischen Liga von Celta Vigo. Und das ist ein ZM. 68 Pace, joa, reicht für die Zentrale. 74 Schuss, richtig gut. 78 passen, noch besser. 72 Dribbling ist auch gut. Defense und Heading jetzt nicht so der Hammer und er ist auch nur 1,73 groß. Also seine Werte sagen eher aus, dass er ein ZOM ist. Also für die Zentrale ist das vielleicht nicht so das Richtige. Mit der Größe alleine schon und die Defense und Heading Werte, wie gesagt, sind halt auch nicht so der Hammer. Aber so als ZOM mit einem 74er Schuss und vor allem 78er Pass, das geht schon klar. Dann mal wieder Goldspieler und zwar Nuri Shahin. Ja, die geile Sau. Ah, die können immer diese Buchstaben mit dem... Ah, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist jedenfalls kein S wegen diesem Fitzel am Buchstaben. Ähm, 1,80 groß der Junge, Linksfuß. 57 Pace, ja, sie machen ihn echt langsam. Also er ist jetzt zwar nicht der Allerschnellste im echten Leben, aber 57 finde ich dann schon ein bisschen hart. Aber naja, ich meine, wenn er in der Zentrale steht, passt das schon. 76er Schuss, sehr gut. 7,80, also was heißt sehr gut? Für ein ZM ist es eigentlich schon okay, definitiv. 87 Pass ist dann wiederum sehr gut. Das ist definitiv ein schöner Wert. 84 Dribbling passt auch. 71 Defending ist auch ein schöner Wert für ein ZM. Und 53 Heading finde ich ziemlich, ja, das hat er nicht verdient. Der kann tausendmal besser köpfen. Ist dazu noch 1,80 groß. Ja, Dortmund Team soll ja dieses Jahr definitiv kommen. Da passt er dann schön rein. Dann haben wir im rechten Mittelfeld den Herrn Soran Tosic stehen. Ich glaube, der hat 4 Tore gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in die Richtung war das. Oder war das Guardado? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tosic jedenfalls auch richtig stabile Werte. Vor allem für ein 78er. 88 Pace, sehr gut. 80 Schuss, richtig gut für ein 78er. Dazu aber auch noch einen guten 76er Pass und 87 Dribbling. Defense und Heading ist natürlich schlecht, weil er ist auch nur 1,71 groß. Dazu kommt noch, dass er Linksfuß ist im rechten Mittelfeld. Was natürlich auch super ist. Ja, der könnte auch interessant werden, weil russische Liga, der wird wahrscheinlich nicht teuer sein. Aber den mal zu spielen, den könnte man bestimmt auch ganz hübsch als Winger spielen. Ich weiß jetzt gerade nicht die Work Rates, aber ich glaube, der könnte sich da ganz hübsch spielen lassen. Dann der nächste. Und das wäre wieder ein Silberspieler. Und das ist, na komm, geht ruf. Junge, push dich. Jose, Angel, Valdez, Diaz, sowas in die Richtung. Und der ist 1,82 groß. Ist ein Linksverteidiger. 80 Pace, 76 Defending, 65 Heading und 71er Passwert. Das sind richtig stabile Werte, muss man sagen, für einen Linksverteidiger. Er spielt in der Liga BBVA Real Sociedad. Joa, also der sieht echt nicht schlecht aus. Wie gesagt, 80 Pace reicht dicke aus. Und er ist halt dazu auch noch 1,82 groß. Also ist jetzt nicht der kleinste. Defense-Werte sehen richtig gut aus. Und ja, 65 Heading ist jetzt nicht der Hammer. Aber durch seine 1,82 holt er da noch einiges raus. Dann wieder ein interessanter Mann für die Serie A. Benatia vom AS Rom. 1,88 groß der Junge. Dazu 74 Pace. Und dann kommt es. 88 Defending. 82 Heading. Also der ist mal richtig nice. Ich glaube, den müssen wir mal definitiv spielen. 83er Overall Rating. Joa, also der sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ich weiß jetzt gerade nicht seine Workrates. Ich glaube, diese Medium, Medium oder so. Aber den müssen wir auf jeden Fall mal testen. Also die Karte sieht schon richtig, richtig pervers aus. Vor allem halt dieses 88er Defending auf einem 83er Overall. Das ist schon krass. Dazu ist er halt natürlich noch sehr groß. Und was heißt sehr groß? Ist groß für einen Innenverteidiger. 1,88. Das passt. Und halt 74 Pace ist auch noch ganz hübsch. Benatia wird ein interessanter Spieler. Dann gibt es noch einen goldenen Rechtsverteidiger. Und das ist Zirna. Der Dario von Donetsk. Joa, 1,78 groß der Junge. 79 Pace schickt. 83 Defending natürlich sehr gut für einen Außenverteidiger. 66 Heading ist jetzt nicht der Hammer. Und er ist auch nicht der Größte. Dazu ist er halt so ein Offensivverteidiger, will ich mal sagen. Ich glaube, eigentlich ist er bei Donetsk auch kein Verteidiger. Ich weiß jetzt nicht, warum er hier als Right Back drin steht. Aber naja. Jedenfalls, er hat natürlich einen pornösen Pass mit 89. Also ich glaube, das ist definitiv der höchste Passwert für einen Außenverteidiger. 89, also das ist schon wirklich krank. 76er Schuss dazu noch. 75 Dribbling. Also man sieht erst halt, eigentlich ist er kein Außenverteidiger. Er ist irgendwas anderes. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. ZDM oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder ZM. Aber Rechtsverteidiger. Also wenn ich seine Spiele gesehen habe, war er jedenfalls nicht als Rechtsverteidiger drin. Joa, ziemlich kompletter Außenverteidiger, muss ich sagen. Aber leider, es gibt halt nichts zum Linken. Also du findest hier kaum, ja, wen willst du da von Donetsk nehmen, der zu ihm linkt. Keine Ahnung. Fällt mir jetzt keiner ein. Und er ist, was ist er, Kroate? Ja, Kroate. Kroatien. Da könnte man vielleicht mit Rakitic irgend sowas in die Richtung machen. Der hat ja auch schon eine Innenform. Aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts ein. Und im Tor haben wir dann noch den Herrn Howard vom FC Everton. Joa, 1,91 groß, 84 Diving, 85 Reflexe, 80 Handling, 77 Kicking und 83 Positioning. Das sind schon stabile Werte. Ich denke mal, er wird relativ günstig werden, obwohl er halt wirklich gute Werte hat. Und in der Premier League spielt, keine Ahnung, so 20.000, 30.000, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Vielleicht geht er auch richtig runter. Das kann natürlich auch gut sein. Aber meistens in der Premier League sind halt eher die Torhüter beliebt. Zum Beispiel so ein Deja oder so ein Cesar oder Tschech, was weiß ich. Die wären wahrscheinlich wieder sauteuer, selbst wenn sie nur 83 oder so hätten. Er hier wird, glaube ich, jetzt einfach mal nicht so beliebt sein. Weil die Leute denken sich dann, ja, da kaufe ich mir lieber einen Cech für 15.000 als so ein Howard für 20.000. Und dadurch sinkt der Preis halt auch wieder. Joa. Dann schauen wir doch mal weiter hier. So, raus da. Und da hätten wir auf der Bank noch sitzen, den Ricardo als Torhüter. Joa. Na, wir gehen mal drauf hier. Der spielt bei Academica in der portugiesischen Liga. Ach, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber ja, Academica, sowas in die Richtung. Ricardo, Torhüter, 77 Diving, 78 Reflexe, 74 Handling, 63 Kicking, 77 Positioning. Die Werte sehen eigentlich alle richtig gut aus. 1,87 groß der Junge. Joa. Aber mit dem Linken wird es dann halt auch wieder ein bisschen schwerer. Mit Portugiesen, na gut, da könnte man schon was machen. Aber dann halt eher vielleicht mit goldenen Portugiesen. Und da könnte man halt im Prinzip auch wieder einen goldenen Torhüter nehmen. Also, ja, lohnt sich nicht so ganz. Den hier müssen wir uns nicht unbedingt angucken. Es kommt zwar nicht mehr so auf den Pace an, aber 39, da müsste er dann schon Low-High Workrates haben und sehr groß sein ist er auch nicht. Also, da passt irgendwie gar nichts bei ihm. Er ist nicht der Größte, er ist bombenlangsam, hat halt perverse Defense Stats. Ja, mit 76 Defense, Defending und 80 Heading sind das natürlich gute Werte. Aber wie gesagt, er ist richtig langsam und ist noch nicht mal übertrieben groß. So ein Mertesacker zum Beispiel, der ist dann halt auch noch richtig groß. Dann haben wir im linken Mittelfeld, El Saar oder sowas in die Richtung. Aus Marokko, er spielt in der spanischen Liga bei Levante. Und er ist ein linker Mittelfeldspieler, wie gesagt. 82 Pace, 71er Schuss, Rechtsfuß auf Links. 72 Passen, 85 Dribbling, was richtig pervers ist. Also, der sieht richtig gut aus. Kann man gar nichts gegen sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Skill-Moves er hat. Ich denke mal 4. Also, bei so einem Dribbling sollte er Minimum 4 eigentlich haben. Wäre sonst relativ lächerlich. Ja, also er sieht richtig gut aus. Vielleicht machen wir auch mal ein Silber-Team aus der spanischen Liga. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen was. Vor allem, ich wollte eher den Herrn Rodriguez noch spielen. Den Silber Jesse Rodriguez von Real Madrid. Und da könnte der hier natürlich ganz gut reinpassen. Könnte ich mir auch gut als Winger vorstellen, wenn die Work Rates passen. Müsste mal gucken. Dann haben wir den nächsten linken Mittelfeldspieler. Satyo Mané oder so. Der spielt bei Red Bull was? Red Bull Salzburg aus der österreichischen Bundesliga. Joa, er kommt aus Kamerun, ne? Ne, Senegal. Ah, verwechsel ich immer wieder. 88 Pace, 76er Schuss für den Mittelfeldspieler. Richtig krass für den Silber-Mittelfeldspieler. Rechtsfuß auf links, 77 Dribbling dazu. Joa, der sieht mal ganz gut aus, der Junge. Also den könnte ich mir eher als Winger vorstellen. Es wollten ja eh einige in Silber-Bundesliga-Team. Österreichische Bundesliga-Team natürlich. Da könnten wir natürlich immer was machen. Ich würde ihn natürlich eher als Winger aufstellen. Weil die Fenton und so kann er jetzt nicht so pralle. Und passen ist jetzt auch nicht so der Hammer. Aber so als Striker da vorne drin ist er bestimmt nicht der schlechteste. 1,75 groß. Das passt auch für den Flügel. Joa, sieht interessant aus. Dann haben wir noch daneben Emanuel, was für ein Ding? Emanuel Thomas, Jay. Jay, Emanuel Thomas. Sowas in die Richtung. 1,83 groß. Linksfuß, 78 Pace schickt. 75er Schuss, sehr gut. 74 Heading, auch gut. Und er spielt. Oh, ich verliere hier als meine Maus. Er spielt in der englischen Football League 1. Das ist glaube ich die dritte Liga dann. Die Championship ist die zweite. Und das müsste die dritte dann sein. Er ist ein Engländer. Joa, sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall. Könnte ein bisschen größer sein. Dann wäre es noch hübscher. Aber 75er Schuss ist natürlich sehr gut. 78 Pace reichen halt wie gesagt. Und 74 Heading ist jetzt auch nicht schlecht. Aber jetzt, er haut mich jetzt nicht so um, dass ich um ihn ein Team bauen würde. So, und dann haben wir hier den letzten Stürmer. Mal hier Salik oder sowas. Und er spielt, wo spielt er nochmal? Gremio? Ne, Paderborn. Ah, okay. Zweite Bundesliga. Ja, zweite Bundesliga verfolge ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen, ihn kenne ich aber eigentlich. Er sagt mir auf jeden Fall was. Er ist, glaube ich, schon ein bisschen länger dabei. Ah, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Stürmer, 72 Pace, 74er Schuss geht klar. 67 Heading jetzt nicht der Überwert. 74 Dribbling ist schon gut. 72 Pace für seine Größe auch nicht so Hammer. Ja, ich weiß nicht, ob er so der richtige FIFA 14 Stürmer ist. Er ist auch nur ein 70er Overall. Weil er ist relativ klein mit 1,78. Dazu nur 72 Pace. Relativ schlechtes Heading mit 67. Der Schuss ist halt nicht schlecht. Und er ist ein Linksfuß. Joa, haut mich jetzt auch nicht ganz um. Und dann noch der letzte. Das ist nämlich der Camilo. Komm her, Camilo. So, Camilo. 1,70 groß. Ein Brasilianer Stürmer. Ja, 75 Pace für 1,70 ist jetzt nicht der Hammer. 79er Schuss ist natürlich sehr gut. 75 Dribbling auch sehr gut. Ich glaube, er hat, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, er hat 4 Sterne Skill Moves. Und 4 Sterne Weak Foot. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube schon. 60 Heading ist natürlich schlecht. Auch noch dazu 1,70. Ja, auch er. Na gut, er könnte interessant sein. Halt wegen 4 Sterne Skill Moves. 4 Sterne Weak Foot. Und dazu halt gutes Dribbling und einen sehr guten Schuss. Könnten wir uns vielleicht mal anschauen, den Jungen. Und so sieht das aktuelle Team of the Week aus. Ja, es haut jetzt einen nicht richtig vom Hocker. Aber es sind schon interessante Spieler dabei. Deswegen, ja, ist mal was Hübsches. Und ist ja mal ganz schön, wenn der Markt sich jetzt mal wieder ein bisschen beruhigt. Also letzte Woche, es war halt einfach nur krass, wie sich der Markt, wie der Markt geflutet wurde. Es waren teilweise ab und an mal 2 Millionen Auktionen. Und das ist ganz, ganz unüblich. Also auf der PS3 bin ich ja. Und das war schon ziemlich krass. Ja, jetzt wird sich das definitiv einpendeln. Weil hier werden natürlich auch wieder Packs gezogen. Allerdings nicht annähernd so viele wie mit Ibra. Also falls ihr unbedingt Packs ziehen wollt, dann zieht bis 19 Uhr noch welche, solange ist Ibra noch drinne. Ab 19 Uhr sind die Jungs dann drinne. Das wäre es von mir gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Tschau. Tschau.